Hallo ihr Lieben, heute ist ein ganz ganz besonderer Tag für mich, denn ich halte die ersten Live-Produkte in der Hand. Oh, warum? BakiQuist Live! Egal ob Blu-ray, DVD, CD oder CD und DVD. Prima-Medition. Ja, ich hoffe, dass ihr einfach ganz, 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 ganz viel Spaß damit haben werdet und dass ihr meine Freude spürt, die ich auf der Bühne hatte und dass die Energie von der Bühne direkt in euer Wohnzimmer kommt. Deswegen, ja, ganz, ganz viel Freude damit und alles Liebe und eine tolle Woche noch. Eure Vanessa.